Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine schöne Geschichte mit Thomas und die Minions. Hallo Freunde, wir werden heute einen Ausflug machen. Unser Öster fahrt mit dem Zug. Hurra, hurra, hurra. Yay, yay, yay. Juppie, juppie, juppie. Zug, Zug, Zug. Wuhu. Schaut mal, da ist Thomas. Und er geht nach den Minions. Hallo. Ich komme gleich. Hä? Hallo Kleiner. Hallo Thomas. Thomas ist da. Alle in den Waggons. Wir können losfahren. Hoho, juppie. Und los geht's. Schneller, Thomas. Schneller. Schneller. Juhu. Wow. Oh, nice. Freunde, es tut mir leid. Wir haben zu schnell gefahren. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Meine Krone. Oh. Ich bin okay. Oh, meine Banane. Who ist das? Oh, mein Kopf. Oh. Who ist das? Oh, wie ist das? Oh, sie ist das. Oh. Wie viel erstellt er. Oh. Huh. Zur Arbeit! Wo soll ich das stellen? Ei, ei, auf die Schienen! Ei, ei, ei! Noch ein bisschen! Aua, Aua, Aua! Hör auf! Puh, das war schwer! Das hat Spaß gemacht! Ich möchte nochmal! Warte! Wow, schaut mal! Sie haben die Waggons zurückgestellt! Wir haben es geschafft! Jetzt zurück in die Waggons! Schnell, schnell, schnell! Vielen Dank für das Ansehen! Ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn ja, vergisst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben! Und sich an meinen Kanal zu abonnieren! Bis nächstes Mal! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020